das ist deine wahl gewählen aber was sollst du eigentlich wählen hallo ich bin jense christ und um dir bei dieser frage zu helfen habe ich dir eine playlist erstellt wo du videos findest die dir bei dieser entscheidung helfen welche videos findest du in dieser playliste das sind zum einen videos die diese parteien vorstellen diese videos sind zum beispiel von mr wissen to go oder marvin von mindwesting pictures dann findest du in dieser playliste noch videos die die spitzenkandidaten interviewen und ihnen fragen stellen das wären zum einen videos von der ard mit der themenreihe frag selbst wo halt spitzenkandidaten nutzerfragen beantworten müssen dann wären das videos von der deutschen welle wo die deutsche welle spitzenkandidaten interviewt und es wäre auch das interview von großen youtuber oder bekannten youtuber mit der kanzlerin und martin schulz wobei das interview mit martin schulz das kommt noch an dienstag erst raus deswegen ist es jetzt noch nicht drin aber das wird in zukunft auch in dieser playliste sein dann findest du in dieser playliste noch videos die dir etwas über die wahl erzählen über die parteien erzählen oder sonstige videos die mit der wahl zu tun haben was ich auch gerade mache ist dass ich in meinem privaten kanal die wahlwerbespots der parteien hochlade und diese wahlwerbespots wirst du dann auch in dieser playliste finden in diesen wahlwerbespots werde ich dann noch videos verlinken wo du mehr über diese parteien findest diese videos werden in der infokarte angezeigt welche oben eingeblendet wird immer wieder oder auch zum schluss im abspann der fünf sekunden von ende des videos ist zum schluss des videos wünsche ich dir noch gottes segen und bitte dich wirklich gewählen es ist wichtig dass du wählen gehst und wenn du nicht weißt was du wählen sollst dann schau einfach in die playliste da findest du sehr gute informationen über die verschiedenen parteien